hallo und willkommen zu einem weiteren video von mir ja es geht weiter mit heroes charge und es ist jetzt noch ein kurzes update das geht jetzt auf 1.9029 es war gerade 26 ich weiß nicht warum so großer schub kam seht ihr jetzt hierbei ja weiter geht's mit folge 11 schon also wir haben schon die zehn folgen geknackt auf jeden fall richtig cool muss ich sagen ja so kommen was neu ja genau leute im letzten part haben wir den zeitspalt vergeschaltet und das könnte jetzt hier was dort ist man kann hier nämlich gegen helden kämpfen oder muss dann kriegt man durch die helden xp slave fest und hier xp normalen trank also ja so und dann kann es eigentlich schon losgehen muss ich sagen ja ich freue mich über das jetzt weiter spielen können also ein wenig mehr leben aber die man hat fast keinen schaden sieht man an der schildkröte die jetzt richtig viel leben ja schön schön so haben wir schon mal zwei stück bekommen es läuft hat ein richtig cooles event für euch also für mich hat man nicht weil ich das level sind doppelte drachen münzen also das ist auf jeden fall und das ist auf jeden fall richtig gar nicht sagen darauf freue ich mich schon also doppelte drachen münzen wenn ihr hardcore spielt dann kriegt die also wenn es nur komplett schafft bei hardcore kreuzzug dann kriegt der 6000 oder sowas also wichtig geile ich habe ja auch immer freue ich mich dafür also freue ich mich darüber ja weiter die noch mal welche noch mal welche man kriegt immer so 15 eigentlich bei dem boss gegner da hinten so bei dem da hinten die rache geist bei den meisten so klar aber es ist uns egal weil wir haben den profi killer und die schatten mutter ja ich habe gesagt mal 15 und erbricht gehabt also 4 13 das ist cool so wir sehen wie sie erstmal schön verwenden so maximales level maximal wir wollten ja noch mal schauen wie der ritter mit kreuz so ist leider wird 13 schon mal ok postfach arena quartiermeister haben die ruhe leider nicht eröffnen wir mal eine leute nee darm brustplatte aus knochen ihr könnt mal sehen für wen wir die brauchen admiral hin für die schatten worte warum man die also admiral wenn sie bald brauchen auch wenn sie auf plus 2 ist also das dauert schon ein bisschen lange noch probi keller brauchen wir sie noch haben wir auch ritter mit kreuz haben wir auch und man braucht es sogar auch wenn wir noch vor range machen will ok so geil auf jeden fall man erstellt die aus richtig vielen sachen braucht man dafür um die zu erstellen also die ist jetzt schon fertig richtig geil dass wir die gekommen bekommen haben so anmelden noch mal dreimal ritter mit kreuz gut ja kampagne können wir also wollten ja arena mal schauen doch wir wurden angegriffen oder wenn es mal laden würde das wäre schön hallo kannst du bitte laden ja wiederholen halt dann geht es jetzt oder nicht ne ne manche will ist auch nicht das einfach abrufen das ist manchmal so bei arena also blüht ziemlich blöd muss ich sagen aber es ist auch nicht so schlimm ist auch nicht so wichtig wir haben mal einfach nur verloren weil sonst hätten die ausbekommen das egal der hat nicht mehr von die kampagne und die können wir auch spielen wahrscheinlich ja ok gut 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 so ja ok jetzt haben wir auch ein bisschen mehr leben und sagen ja ich mag mir gar nicht die schildkröten die sich verstecken also die verstecken sich nicht wenn man die anderen schön profi keller letzten schuss wer die letzte schuss ich schätze mal die schatten boten ja ich habe nicht gehabt ist und ich machen wir müssen mal schauen nach dem schluss 420 gemacht so der letzte wenn wir jetzt die letzte schuss schon wieder setzen schuss immer hat sie wie der letzten schuss schon wieder ein leute was ist das das kann nicht sein schon wieder die letzte schuss ich ja wahnsinn bei den gegnern jetzt gefährlich der typ ist sehr gefährlich nein ja gut jedenfalls zu eis gemacht nein auf keinen fall stopp 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 oh ok wie kann es sein dass die blutchen überlebt hat und die schatten boten nicht ihr habt doch mehr leben die schatten boten keine ahnung leute genau sechs minuten also die zeit geht einfach nur sowas von schnell ist einfach wahnsinn ja ich hoffe nicht immer im nächsten tag mal gescheiden halten würde mich auf jeden fall freuen aber diesmal dieser hätte mir bekommen und er ist ziemlich 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 schlecht ja darüber bin ich nicht froh dass wir den bekommen haben also ich habe echt mega pech mehr einfach nicht in der luft das war cool ich mag mir alle mit ihrer tag wo sie mal die gegner hochschmeißen sind ziemlich cool weil da können wir nichts machen ja ich warte bei den wilder bis wenn es ein spiel oder bei dem als wenn die ganze mit mir ein bisschen spezialtag einsetzen und danach mache ich das damit sie unterbrochen wird ziemlich gute taktik muss ich sagen es ist wichtig beim maschinist war das nicht stark okay das habe ich nicht damit nicht gerechnet aber ich glaube ich habe gewonnen oder auch nicht gut tot ja der tötet sich verstehen ja probi keller bitte ne niemals ich schaffte nicht ne mann ich hast du das annehmen würde wenn wir bei elite weiterspielen noch eine runde ja mit der zeit passt nein warum ist das nicht geschaffen wie das denn nicht ich verstehe es irgendwie nicht mann ich hasse das wenn ich nicht weiterkommen ist einfach ziemlich blöd bin ich also wir müssen noch alles also was ausrüsten wir sind eigentlich schon ziemlich gut ausgerüstet so kommt die letzte Kaplan die Kaplan die Kaplan Kaplan im Sprung im Flug kann man die Leute nicht wählen du heißt es nicht schön Schattenbote du kannst dir hier wieder dein ganzes Leben schießen weil du tot bist jawohl ja Leute ähm dann verabschiede ich mich schon mal von euch ähm bedanke mich fürs Zuschauen ähm ja würde mich über ein Like natürlich wie immer freuen ähm und Abo ähm ja das wäre es eigentlich von diesem Video jetzt und ja ciao haut rein euer SeilerLP bis zum nächsten Mal schönen Tag euch noch bis zum nächsten Mal ... du